Hallo, ich bin Harai Katzenberger. Ich bin Steuerberater. Ich stehe für schnelle und individuelle Beratung höchstpersönlich. Die steuerliche Landschaft wird immer komplexer und undurchsichtiger. Meine Aufgabe dabei ist es, meinen Klienten die Möglichkeiten und Lösungen, die das Steuerrecht bietet, aufzuzeigen und zu nutzen. Manchmal kann die Betrachtung steuerlicher Fragen aus dem Blickwinkel des Experten bessere Lösungen hervorbringen. Ich helfe Ihnen dabei gerne.